Das könnte man eigentlich auch wieder auf Giftpfeil umschwenken. Natürlich schön, dass ihr jetzt die ganze Lot aus meiner Freundesliste seht. Egal. Ich glaube nicht, dass hier irgendwer rumgeistert, der jetzt die Leute aus gerade meiner Freundesliste anfängt zu stalken. Ich kann natürlich auch jetzt Feuerfledermäuse benutzen. Ich weiß noch nicht, wie effektiv das ist. Oder ob halt... Ich weiß halt gerade nicht, was jetzt am Anfang so am effizientesten ist. Ja, wunderhübsch. So nennt er alles. Ja, schön. Schaden wir immer noch nicht. So ich ja. Viele Spinnen können eigentlich gleichzeitig da sein. Nicht so viele, ne? Also kann ich jetzt nicht hier so ne riesige Armee aufbauen. Finde ich schon ein bisschen schade, aber naja. So. Gleich Stufe 10. Achso, jetzt gibt es hier ne fixierende Umarmen. Gleichen Regen gibt es ja später. Oh, ein Goblin. Leute, ist das natürlich, wenn ich draufgehe, ist das natürlich total sinnlos. Ich bin natürlich im NIEF bei dem Portal. Da machen die, glaub ich, keine Portale auf, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, jetzt ist natürlich hier der Mega-Pull. Na ja. So, wo ist er denn? Ist da. Ja, mehr ist er jetzt konsequent. Draufhorn geht er jetzt sowieso nicht. Bleib stehen hier, du. Und er ist gerade am Anfang, also wenn er jetzt halt irgendwelche, zumindest blauen Sachen halt schon mal droppt, ist das halt schon ganz schön. Weil gerade jetzt zu Beginn hat man ja echt noch gar nichts. So, jetzt höre ich mich wieder nicht, weil es ein Mischpult wieder backt und da falle ich auch schon um. Und der Leiche wiederbeleben. Ja. Ja. Ja, da stehe ich halt wieder mittendrin. Schön. Achso. Unsere Mönchdame kommt auch erst, also so eine Nonne quasi. Geht doch. Wenigstens mal so ein bisschen was an Ausrüstung. Auch wenn es halt, wenn es halt echt nen Scheiß bringt. Und äh, ich kann schon hier noch irgendwelche Rahmen anlegen. Ja, das ist doch schon mal schön. Hübscheste ist es jetzt zwar nicht, aber was soll's. Ja. Jo. 15er Kritze, ey. Ich werd bekloppt. Ich werd echt bekloppt. So, gut. Machen wir grad gucken hier. Mit, mit der Kamera. Irgendwie sieht das die ganze Zeit so aus, als wir die eingefroren. Aber, ne, ist er nicht. Gut. Also deswegen, ja, das Winken gerade. Jo. Ein bisschen auf mein Handy glotzen nebenbei. Haha. Und wieder Leichenspinnen spammen. Wunderhübsch, wunderhübsch. So, Knöpfchen mal wieder runterdrücken. So. Na gut, wenn's das Ja-der-Ernter-Set schon mal, äh, safe gibt. Äh. Was ist, ach du, alle. Ja, klar, das muss ausgerechnet jetzt sein, ja. Ach. Ach du, alle Welt, ja. Gut, ich will mir das noch nicht beschweren. So, einmal alles einsammeln, das wär, das wär schön, wenn das gehen würde. Wie bei Sacred. Ja, jetzt bin ich wieder mal auf dem Desktop gelandet. Danke, Nerden. So. Was haben wir denn hier alles? Stärke, ja, Vita. Hm, 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 hm. Was haben wir denn jetzt gekriegt? Ach, Bonds trotz. Ja, das ist ja schon mal was. Was haben wir denn hier jetzt, äh. Ja gut, ist es geschickt, auch nehmen wir jetzt trotzdem mal mit. Die Gems lasse ich einfach alle mal liegen. Wenn's einfach nichts bringt. Ja. Dann, äh, ja, Dschungelstärke bitte. Ähm, Krötenplagen, ja, gut, haha, hab ich auch noch nicht wirklich was, hab ich nicht wirklich was für, ja. Ganz jetzt nichts. So, haha, direkt mal ein paar Matz sichern hier. Ähm, also da verbräuchte ich ihn auf Stufe 4, ach du alle Welt. Ja, dann einmal mit Orcs sprechen hier, ne. So, wie viel Gold gab das denn jetzt? Oh, 6k. Tollwürdige Hunde, ja, machen wir noch glatt mal. Ja, auch noch was gekriegt, ne. Ach, ah, Heimsuchung, sehr schön. Dann hätte ich das gerne, hätte ich das gerne auf der 1. Also, ja, was heißt 1? Ne, das machen wir, machen wir anders. Ähm, statt Seelen-Ernte hätte ich gerne Heimsuchung, ja. Und da behalten wir die. Hm. Dann nehmen wir da mal die Kröten. Äh, was haben wir hier denn? Achso, hier ist, ja. Ruinen von Sacheron, ja, könnte man jetzt halt... Könnte man ja jetzt schon holen, ne, man kann ja... Warte mal, der geht doch jetzt... Ich hab doch eh noch kein Blutspielteil, aber warum geht denn jetzt wieder zu Kadala? Ja. Ja, so. Nächstes bitte. Danke. So. Hm. Oh. Das gefällt mir da vom Schaden her ist schon besser. Das war... Ich hab immer noch echt... Na, Low-Level, aber... Naja. Besser als nicht. So, und wann krieg ich denn hier... Hass-Erfüllte Geister auf 23 erst. Okay. Hm. Dann jetzt mal Kröten rumschmeißen. Oh, Hündchen vergessen. Ja, mit meinen Illidan-Flügeln hier... Ach, jetzt kann ich ja auch die Illidan-Hörner dann noch reinmachen. Haha. Aber Transport kostet im Moment noch zu viel, ne? Im Moment lohnt es sich ja auch noch alles mitzunehmen für die Materialien. Ja. Jetzt haben wir ja alles dabei. Mönch, Crusader und Baba, ne? Ja, schön. Damit kann man noch arbeiten. Damit kann man doch durchaus arbeiten. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt auf... Ah, halbe Stunde. Das heißt aufnehmen, wie lange ich streamen. So, neues Mojo. Kann das mehr? Ja. Ganze 10% mehr schaden. Das lohnt sich dann auch schon. Ja, ich finde die Sprüche immer so cool von denen. Warum kriege ich den jetzt als das für Giftpfeil? Ist doch langweilig. Na gut, eigentlich nicht. Ja mal. Also auf jeden Fall sehen, dass man dann das Bonds-Set, dass man das jetzt, äh, vielleicht auch mal recht schnell bekommt. So, ja. Na Stufe 21, aber gibt ja... Gibt ja mehr EP. Glauben wir 20% oder was? Und wenn man schon keinen, keinen Höllenfeuerring oder so gerade hat, dann sind die 20% doch auch schon mal was. Oh, wer pingt denn da? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Wir sind hier fleißig. Ja, toll. Habt ihr da blödes Banner hingestellt? Boah, Leute. Hier habt sie nicht mehr alle, ne? Hier habt sie nicht mehr alle. Ja. Quack, quack, quack. So. Ja, wahrscheinlich sind die ersten von... Ne, die Cs sind ja auch gerade erst gestartet. Glaub nicht, dass irgendwer jetzt schon auf 70... Ah, doch. Bestimmt irgendwelche Hardcore-Leute. Dann sowieso direkt Vierergruppe, direkt auf Meister oder was, dann nichts anderes tun als Portale machen. Ja. Man hat ja auch sonst nichts zu tun. Ach, ja, cool. Jetzt ist das Video. Zitul. Untertitelung des ZDF, 2020